Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play Snake Pass. Ja, dieses Spiel ist nicht gerade ohne. Ihr habt schon gesehen, von wem es ist. Und ja, ich werde das Spiel versuchen zu 100% zu spielen. Es hat 15 Level. Diese 15 Level haben auch Möglichkeiten da. Ja, passt hier die Einstellung an. Kaum noch sichtbar ist. Kaum noch sichtbar. So ist es gar nicht sichtbar, ne? Aha! Guck mal. So ist es sichtbarer als so. Okay, gut. So seht ihr es gar nicht. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie ihr es seht. Ich glaube, hier müsste es so bei euch sein. Neues Spiel, neues Spiel. Das sind also die ganzen Grafiken. Okay. So, dann, ja, gucken wir mal ganz kurz in die Optionen erstmal rein. Was haben wir denn in den Optionen? Hier haben wir die Steuerung. Die wird aber wahrscheinlich dann noch erklärt. Und Kamera umkehren. Nein, das lassen wir natürlich. Das heißt, wir nehmen das so an und gehen dann direkt ins Spiel. Und ja, Paradiesfahrt. Eins war es die Aufgabe der Torhüter, die magischen Tore instand zu halten. Okay. Nudel! 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 Ja? Mach auf! Nudel, etwas stimmt nicht. Das Tor! Es ist kaputt! Bis wir es reparieren, stecken wir fest. Komm schon! Haltet ZR gedrückt, um dich vorwärts zu bewegen. Okay. Nice. Okay, jetzt können wir uns also hier bewegen und wartet. Hiermit können wir wahrscheinlich die Kamera drehen. Bingo. Und ich würde fast wetten, dass hier doch irgendetwas ist, oder? Na, kommen wir hier hoch. Irgendwas ist doch da. Hundertprozentig. Boah! Boah, die Steuerung. Es ist ein 3D-Titel und ich mal wieder. Ja. Ja, gut. Au! Ah, verpasse ich erstmal schön Kinnhaken. Okay. Gut, also wir haben jetzt herausgefunden, dass man sich hier bewegen kann. Gut. Ähm, hallo? Einfach hier mal bewegen. Ich möchte sagen, dass er doch ein bisschen trantütig ist, aber egal. Beschleunige, indem du mit L nach rechts und links schlingelst. Gut, aber ich möchte halt gucken, ob hier irgendwo was Besonderes ist. Ach, guck ich mal an. Seht ihr das da? Und da genauso. Ey, geh da hoch. Ja, da hoch sollst du. Okay. Also hier hatten wir jetzt schon mal was. Also ich glaube, das benötigen wir, um 100% zu bekommen. Ist so meine Vermutung. Okay. Hebe deinen Kopf mit A. Ach, das habe ich vorhin falsch gemacht. Yippie. Okay, aber jetzt gucken wir uns trotzdem hier nochmal um. Ziel ist es ja für mich selber 100%. Oh, wie schön, dass du mir sagst, dass es da gefährlich ist. Was haben wir da? Ah, okay, wahrscheinlich muss ich da hin. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich rüber. Na, ist hier irgendwo was? Man muss hier wahrscheinlich immer wieder drehen. Also, warum mich das Spiel so angesprochen hat, kann ich euch gerne erklären. Angesprochen hat mich das Ganze, weil es mich an Snake erinnert. Was es für das Nokia damals gab als Standard-App. Und das fand ich halt, wie gesagt, sehr anspruchsvoll. Hier dieses Spiel zu spielen. Und deswegen habe ich mir gesagt, gut, mach das mal. Es wird bestimmt ganz cool. Und ja, bisher kann ich sagen, dem Tor fehlt ein Schlüsselstein. Wir müssen den Schlüsselstein finden und zurückbringen. Ja, und dann dachte ich mir, gut, weißt du was? Es hat so ein bisschen was von Snake und sogar von Snake Rattle & Roll, wer das noch kennt, von den Jungs von Rare, beziehungsweise heute Playtonics oder so heißen sie ja mittlerweile. So, die Reste. Juhu! So, damit haben wir das geschafft. Aber irgendwie bin ich jetzt gerade nicht so zufrieden. Oh mein Gott, wie soll ich denn das schaffen? Ach du meine Güte. Oh verdammt! Haha! Na, das wird ja schwer. Nein, 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 nein! Wir sollten zum Tor zurückkehren. Oh. Und damit wird sogar echt mein ganzer bisheriger Status zurückgesetzt. Super. Oh mein Gott. Na, da sind ja Fails garantiert. Oh mein Gott. Na, da sind ja Fails garantiert. Wow. Und man muss sich halt immer so schlängeln, weil dann halt die Schlange schneller ist. Ja, ja, ich will aber jetzt nicht zum Tor. Ich möchte diese Münze haben. Und da muss ich jetzt herausfinden, wie ich diese Münze bekomme. Nein, 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 nein. Schlängel dich, schlängel dich, schlängel dich, schlängel dich. Wow, wie viel hatte ich jetzt? Kann man das irgendwo sehen? Mir fehlen zwei Münzen, Leute. Nein, 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 nein. Ich, äh, zurück, zurück. Mir fehlen zwei Münzen. Wo sind die denn? Wir sollten zum Zort zurückkehren. Nein, sollten wir nicht. Ich will erst die Münzen haben. Okay, also uns fehlen zwei Münzen. Die müssen wir jetzt erst finden. Wo könnten diese zwei Münzen sein? Boah. Also sowas ist ja dann immer wieder schön fies gemacht, um 100% zu bekommen. Checkpoint. So, jetzt schlängeln wir uns hier mal lang. Wahrscheinlich habe ich genau am Anfang eine verpasst oder so. Hundertprozentig habe ich irgendwo am Anfang eine verpasst. Jetzt muss ich mich hier lang schlängeln. Wir suchen und suchen und suchen. Weil hier ist nämlich auch noch so eine Stange. Boah, komm. Nee. Halt, wartet mal. Guck mal, was wir da haben. Aber jetzt muss ich immer noch herausfinden. Also da haben wir die andere. Nein, komm da hoch. Ach, komm. Nein. Ach, scheiße. Na komm, hoch. Nein, nein. Wow. Okay, also hier geht's lang. Oh, das wird ja super. Nein, 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 nein. Okay, da ist aber auch noch eine Münze. Das haben wir jetzt gesehen. Warum hast du dich da nicht hochgeschlängelt, du blödes Ding? Hat man hier unendlich Leben? Toodles. Als meine Frau das Spiel gesehen hat, hat sie gesagt, ey, das musst du spielen. Ja, aber ganz wichtig, lass die Schlange nicht sterben. Nein, 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 nein. Oh, das ist fies. Glaubt ihr das? Diese Münze zu bekommen ist echt gemein. So, jetzt machen wir es mal so rum. Genau. Genau. Nein, 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 oh, 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 oh. Nein! Ach, komm schon. Das ist doch, das ist, ah. Ihr seht, also Fates sind garantiert. Ich weiß gar nicht, wie oft ist jetzt die Schlange eigentlich gestorben. Nein, 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 nein Oh, komm schon Das ist echt schwer, muss ich euch sagen Gibt es hier noch irgendwelche anderen Steuerungsmöglichkeiten? Wartet mal, was haben wir denn an Steuerungsmöglichkeiten? Alten Ach Okay Okay, nein, 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 nein So, weiter geht es Wir probieren es nochmal Und komm hoch, 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 hoch. Okay, drehen. Ganz vorsichtig. Nee, andere Richtung drehen. Nach oben gucken. Und... Nein, 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 nein. Komm! Das ist sowas von unfair. Das ist sowas von unfair. Ich krieg's nicht hin. Ich will aber die 100%. Also, wir machen das jetzt hier. Aha. Nein, nein. Oh, komm. Nein, nein, komm. Mmh. Noodles. Was machst du? Komm. Genau. Nein, nein. Weiter, 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 weiter. Ja, genau. Ja. Komm. Oh, ich hab's geschafft. Schnell über den Checkpoint. Also, man kann hier anscheinend die Checkpoints immer wieder aktivieren. So, und jetzt heißt es den letzten finden. Und der ist wahrscheinlich hier genau drunter. Ich wusste es. Boah, ist das fies. Ist das fies. Nein, nein, nein. Ach, komm. Das ist... Das ist... Das ist eine Herausforderung. Nein. Oh. Es sah gut aus. Es sah gut aus. Das Rumschlängeln war schon mal gut. Ist halt auch eine Sache der Kameraperspektive. So, eins. So. So, jetzt mal gucken. Oh, guck mal, wie der guckt. Nein, 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 nein. Ja, halt dich, halt dich. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. So, guck, wieder ein bisschen bedröppelt rein. Genau. So. Nein, 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 komm. Och, Mann, er hat es. Er hat es. Er hätte sich doch nur festbeißen müssen. Wozu habe ich diesen blöden Kolibri eigentlich? Außer, dass der mich nervt. So. Wir drehen die Kamera wieder. Nein, 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 nein. Wie er sich immer freut, wenn er es einsammelt, aber dann doch im Endeffekt abstürzt. Also Respekt. Okay. Ich hätte gerne eine längere Schlange. Guck mal, jetzt guckt er da runter. Ganz traurig und bedröppelt. Nein, komm. Nein, nicht runter. Och, komm. Ich vergesse dann immer in dem Augenblick A zu drücken. Ihr seht also, es werden Parts mit Fails. Aber egal. Dafür ist es da, ein Spiel. So. Nein. Okay, Gott. Nein. Nein. Warum hat er nicht... Ach komm, er sollte sich da rumschlängeln. Mann. Ich schmeiße das Spiel gleich in die Ecke. Nein, mache ich nicht. Es macht Spaß. Es ist eine Herausforderung. Und eine Herausforderung ist das Richtige. Für den lieben Tro. Wow. Nein, 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 nein. Komm nach oben. Also, da ist die Kameraeinstellung unter der Brücke echt ganz schön bescheiden. Hallo, du sollst da langschlängeln. Achso, da war ein Stein. An dem Stein kommst du nicht vorbei. Genau. Wow. Nein. Warum? Warum holt er da so weit aus? Ich könnte doch kotzen. Ich, ich... Oh. Zum Glück sind einzelne Joy-Cons möglich nachzukaufen, dass ich gegebenenfalls einen, äh... Ne, ich spiele es also nicht mit dem Pro-Controller, ich spiele es mit dem Joy-Con-Grip. Elegant dran vorbeigeschlängelt. Was sagt ihr dazu? Also bisher hatten wir alle Möglichkeiten, aber elegant dran drumherum geschlängelt, das habe ich jetzt noch nicht so hinbekommen. Hallo, nicht so drehen, nicht so drehen, komm. Nein, 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 nein. Ja, nein, ja, 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 ja. Gibt's hier noch irgendeinen Trick oder so, den ich noch nicht verstanden habe? Oh. Ja, komm. Wozu ist der Kolibri da? Er hält meinen Schwanz. Das kann ich auch selber. So. Guck, wie da wird dröppelt, genau. Nein, 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 nein. Ich komm. Der erste Part sollte eigentlich nur 15 Minuten gehen, weil ich mir dachte, ach komm, erst Level. Ha. Das wird ein Klacks. Warum? Der schlingelt sich doch nicht hoch, wie er soll. Es liegt nicht an der Steuerung, es liegt jetzt hier wirklich an der Kameraansicht. Aber jedenfalls ist der Kolibri solidarisch und stürzt sich immer mit runter. Ich sollte es vielleicht mal von der anderen Seite probieren. Keine Ahnung. So, probieren wir es mal von der Seite. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich da hochkommen soll dann. Schön. Schön. Ich habe gar nichts gesehen. Gar nichts. Ja, genauso wenig, ne? Also 100% sind hier wirklich eine Herausforderung, kann man sagen. Na, komm. Warum? Warum schlängelt er sich da nicht hoch? Ich muss irgendwie mit diesem blöden Kolibri zusammenarbeiten, dass mir mein Schwanz nicht immer runterfällt. Nein, 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 nein. Kolibri, du hältst doch... Habt ihr das gesehen? Hauptsache, der Schwanz ist oben. So. Neuer Versuch. Was zum Teufel? Du bist eine Schlange. Du kannst sogar... Okay. Und der verbrachte noch Stunden länger hier. Das ist doch eine blöde Schlange, oder? Okay. Also ich denke mal, ich muss mit dem Kolibri arbeiten. Nee, aber das bringt gar nichts. Er zuckt so ein bisschen. Nein, 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 nein. Guckt euch den... Der hält meinen Schwanz da oben. Der kann 50% meines Körpers heben. Schafft es aber nicht einmal ganz kurz einen Augenblick... Alter, jetzt stürme ich einfach hier drauf los. Und hoffe einfach, dass es funktioniert. Ja, komm. Ja, komm. Ja. Nein, nein. Nein, ach komm schon! Einfach drauf losstürmen. Ist die beste Möglichkeit, habe ich gerade festgestellt. Wie er sich an diesem Stein da aufregt. Nein, 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 nein Ach, da ist gar keiner. Okay. Jetzt habe ich jedenfalls einen Fehler entdeckt. Da ist kein Balken. Okay, also da ist gar kein Balken. Das erklärt das natürlich. Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, ich hatte es. Ich hatte es. Ich hatte es. Ich bin nur falsch. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Ich schmeiße es gleich gegen. Ich schmeiße das Gamepad gleich echt gegen die Wand oder so. Juhu. Juhu. Schön, dass er nicht mehr pfeifen kann. Vor lauter Schreien kann er nicht mehr pfeifen. Kann ich die Kamera noch irgendwie anders einstellen? Ah, cool. Man kann sogar Animationen machen. Okay. Äh, da waren wir aber jetzt nicht stehen geblieben. Nein, 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 nein. Ja, ja, komm. Nein, 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 nein. Ja. Nein, ich dachte, er wäre da außen rum. Hat es doch fast. Es ist wirklich eine Trainingssache. Eine harte Trainingssache. So. Ich hätte gern wieder diese freundliche Lächeln der Schlange. Juhu. Das ist... Der erste Part ist der längste Part wahrscheinlich, hä? Ja, komm. Diese Schlange, sie hat Schuppen. Sie kann sich da festhalten. Das ist Holz. Ich will nicht sagen, dass das Spiel damit schlecht ist. Nein. Ich bin einfach nur zu blöd dafür, weil es, wie gesagt, 3D ist. Nein, nein, nein. Warum? Ich, ich, ich glaube, ich brauche da irgendwie eine andere Ansicht oder sowas. Das gibt es nicht. Ah, die Musik ist schön. Ja, warum? Warum? Warum machst du das? Ich weiß, weil ich es dir gesagt habe, aber trotzdem. So will ich es doch gar nicht. Leute, ich wollte schon seit 15 Minuten fertig sein. Ihr bringt mich hier echt um Verstand. Okay, jetzt kann ich mich in Ruhe entspannen. Nein, 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 nein. Genau. Nein, warum? Warum? Er war komplett rumgeschlängelt. Jetzt gehe ich das schon mit Geduld an und spucke und so. Ach, komm. Ah, ich gebe gleich auf. Ihr könnt mir ja mal in die Part schreiben, ob ihr überhaupt 100% sehen wollt oder nicht. Na, komm. Nein. Nein, 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 nein einbauen oder so, keine Ahnung. Okay, komm, jetzt nochmal. So. So. Okay. Nein, 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 nein Ja, 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 Baby. Schnell über den Checkpoint, komm. Über den Checkpoint. Ich hoffe, das sind Checkpoints. Bisher scheint es so. Oh, ich hab die 100%, Leute. Juhu. Jetzt schlängel dich schnell zum Ziel. Okay, so bin ich dann schneller. Ich leg das mal hier hin. Okay. Beweg dich zum hellen Licht, Nudels. Bitte, 100%. Ich hab 100%. Und damit imposant beende ich das Paradies-Pfad und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer TrueHotRhein. Tschö, tschö. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö